Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GTA 5. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier. Und heute reden wir mal über AdSense, über das Partnerprogramm und wie ihr mit YouTube eigentlich Geld verdienen könnt. Wie viel Geld ihr verdient, das kann ich euch nicht sagen. Da gibt es immer so Sachen bei YouTube, wo man nie darüber reden darf und das ist einfach Geld. Aber das Geld, das ist ja gar nicht mal so wichtig bei diesem ganzen Sache, weil man kann ja auch etwas ganz Gutes tun mit dieser Werbung. Und zwar man kann dieses Geld für karitative Zwecke zukommen lassen, für Charity-Organisationen und das hat mich natürlich erstmal aufmerksam gemacht. Ich bin ein so kleiner YouTuber, ich verdiene so wenig Geld, aber wenn man so wenig Geld verdienen könnte und eine Impfung, glaube ich, einen Dollar kostet, dann ist das doch eigentlich besser, wenn man dieses Geld abzweigen tut und spenden tut, sodass ich gar nichts davon bekomme. Das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache mit diesem YouTube, dass man dann auch einfach sein Geld irgendwo hinschicken kann, wo es dringender gebraucht wird. So, aber wie verdient man eigentlich Geld mit YouTube? Also das ist, denke ich, mal eine Sache von ein paar Minuten. Geh auf www.adsense.com, du brauchst einen YouTube-Kanal und dann brauchst du deine Kontonummer, die musst du da eingeben, IBAN-Nummer und so weiter. Dann bekommst du von Google einen Cent-Betrag überwiesen, den musst du dann bestätigen und dann bekommst du für deine monetarisierten Videos. Geld monetarisieren bedeutet nichts anderes als Werbung schalten und das Gute an YouTube ist, dass nicht immer Werbung geschaltet wird. Auf dem Handy ist kaum, auf dem PC öfters und auf dem iPad gar nicht. Das heißt, wenn du auf einem Tablet-Computer guckst, hat keine Werbung, zumindest in der mobilen Version nicht. In der Desktop-Version kann es dann anders aussehen. Dann kannst du Geld verdienen mit YouTube, das wird dir dann ab einer Summe von ungefähr 70 Euro überwiesen. Das sind dann ungefähr so 100 Dollar. Kannst du ausrechnen, das dauert sehr, sehr lange. Und da kann man lange, 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 lange Videos machen. Das lohnt sich nicht. Aber eben, wenn man dann diese Zusatzfunktion nimmt, Geld an einen Charity-Verein senden, dann ist das doch eine tolle Sache, weil dann einfach Leute geholfen wird, die das Geld trinken. Das werde ich jetzt auch machen, dass ich das Geld so spenden werde. So. Gut. Weil mich hat das ja immer fasziniert, damals diese YouTuber, die Außenseiter, mit der magischen Mütze. Habt ihr schon mal was davon gehört, die magische Mütze? Jaja, die Außenseiter haben das gemacht. Die haben Geld Obdachlosen geschenkt. In jeder Mütze 50 Euro. Wie kann man 1200 Euro auf dem Kopf ballern? Und das ist doch eine coole Aktion. Absolut. So. So funktioniert das eigentlich auch mit diesem ganzen YouTube. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was beigebracht. Steuerlich sieht das so aus, dass du nichts besteuern musst, wenn du einen Freibetrag hast von ungefähr 2000 Euro. Bist du unter diesen 2000 Euro, musst du auch nichts dem Finanzamt sagen und auch keine Steuern bezahlen. Besser wäre es aber, wenn du es trotzdem tust und einfach sagst, ich bin YouTube-Partner. Weil dann kann auch keiner meckern, wenn es mal irgendwie zu Unreinheiten kommen sollte. Du bist in einer grünen Zone, dir kann nichts passieren. Du musst auch wieder Geld nachbezahlen. Das heißt, wenn du 2000 Euro verdienst mit YouTube, dann musst du keinen Cent abgeben. Und auch nichts nachbezahlen, wie das ja auch in manchen, wie das in manchen YouTube-Videos ja auch gerne, äh, ja, zu sehen ist. So sieht man immer wieder, oh, man muss Geld abgeben, man muss Geld abgeben. Aber das ist eine Lüge. Man muss nichts abgeben, solange man unter diesem Freibetrag ist, zum Beispiel Auszubildender ist. Aber wenn du unter 18 Jahre alt bist, haben natürlich deine Eltern das Recht, dieses Geld einzusacken. Aber wenn du coole Eltern hast, die sagen, okay Junge, hey, nimm die Kohle, sie gehört dir, dann ist das doch eine tolle Sache. Okay. Ihr habt also gelernt, wenn ihr mit YouTube Geld verdient, müsst ihr es nicht besteuern. Aber ihr könnt es trotzdem dem Finanzamt sagen. Es ist nicht schlecht. Würdet ihr mehr als diese Grenze verdienen, müsst ihr es beim Steuerbüro melden. Dann wird euch von dem YouTube-Lohn gerade mal 2% abgezogen. Für mich ist das echt zu wenig. Na gut, die YouTuber freut es aber 2%, das ist ja echt ein Bekrieg. Das finde ich nicht in Ordnung. Das ist zu niedrig. Auf jeden Fall sage ich euch tschau. Sag ich tschau. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3.